Hallihallo und willkommen zu einem neuen Review beim Klemmonkel. Ich habe euch heute mal ein Büschel was anderes mitgebracht als sonst, nämlich keine OVP und keine reiß mich auf und schmeiß mich weg Beutelchen, nein, sondern ich habe euch hier die Homepage von Blubricks mitgebracht. Warum ist das so? Wir bauen heute ein gebraucht gekaufte Set auf von Blubricks, ein Special Set mit der Set Nummer 100459, den LKW Turin, ein Feuerwehrfahrzeug vom Typ 65C17, ein Tragkraftspritzenfahrzeug, kurz gesagt ein TSFW. Ja und die Bezeichnung 65C17, dem ein oder anderen sagt die vielleicht auch was, das ist nichts anderes als ein LKW Iveco statt Turin. Man kann sich das so ein bisschen bei Blubricks zusammenreimen, das machen sie ja ganz gerne. München ist glaube ich so eher in den Bereich MAN und wer es wissen möchte, kann das ja nochmal im Netz so ein bisschen nachforschen. Das ist halt so das, was ich gefunden habe und man erkennt es auch an der Frontpartie des Fahrzeugs, finde ich ganz gut. Das ist hier zumindest, was man auf dem Foto sieht, ganz gut gelungen. 379 Teile an der Zahl, preislich liegt es bei 19 Euro, zuzüglich Versandkosten aktuell nicht verfügbar, wird aber sicherlich demnächst wieder verfügbar sein, zumindest steht es hier so. Ich habe es jetzt ein bisschen günstiger erhalten, weil ich es halt gebraucht gekauft habe. Ich werde auch diesmal nicht allzu sehr darauf achten, welche Qualität jetzt die Scheiben haben. Wir bauen es einfach mal zusammen und gucken es uns an, wie sich es denn so macht im aufgebauten Zustand und im Regelfall werden diese Blubricks Special Sets ja so geliefert, wie ich euch das schon oft gezeigt habe. Schaut einfach mal in die anderen Reviews rein. Ihr bekommt halt einen stinknormalen, langweiligen Karton mit einem großen Aufdruck Blubricks. Dem Hinweis, ladet euch die Anleitung im Netz runter. Das habe ich jetzt auch schon getan hier auf der Homepage und dann gibt es seitlich nochmal ein Aufkleberchen, wo draufsteht, was ihr denn gekauft habt. Viel mehr ist zum Karton sowieso nicht zu sagen. Ja, gucken wir vielleicht mal kurz noch in die Bauanleitung rein und da sehen wir auf der ersten Seite nochmal groß abgebildet das Fahrzeug selbst. Ich muss sagen, das ist auch schon mal sehr schön hier, was die Anleitung betrifft. Die erste Seite, so wünsche ich mir die. Ich sage das ja immer wieder. Besser so, als wenn es direkt mit dem Aufbau losgeht, man weiß einfach, was hat man für eine Bauanleitung. Auf der zweiten Seite ist es sogar nochmal aus verschiedenen Perspektiven abgebildet. Übrigens auf der zweiten Seite auch sehr interessant, hier gibt es Seitenzahlen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich bei Blubricks bisher noch keine Bauanleitung mit Seitenzahlen. Sehr interessant. Ja, und dann geht es weiter mit dem Bauschritt 1. Leider mal wieder bei den Plates keine Längenangaben. Schade. Dann haben wir im Bauschritt 2 die ersten Teile, die angebaut werden. Da sieht man auch wieder hier schön rot markiert. Ist natürlich hier bei dem Set ein bisschen suboptimal, weil man mit roten Steinen bei der Feuerwehr baut. Hätte sich hier angeboten, in dem Fall blaue Farbe zu benutzen. Das machen sie auch hin und wieder. Aber gut, ist halt so und man kann es sich ja auch vergrößern, wenn man möchte. Gerade über Tablet oder auch PC. Insofern dürfte das schon gut zu bauen sein. Ja, wir haben dann insgesamt, ich muss mal kurz schauen. Ich glaube, es sind 69 Bauschritte, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ich habe eben schon mal reingespickt. Jawohl, wir haben 69 Bauschritte. Wir haben dann noch mal ein Teilregister mit insgesamt drei Seiten. Und dann haben wir zum Schluss noch zwei Seiten, wo wir noch so ein paar Kauftipps von Blubricks bekommen. Sind insgesamt jetzt 69 Seiten Bauanleitung. Das dürfte auch recht schnell aufgebaut sein. Und ich glaube mal, das ist ein ganz schönes Set. Gucken wir einfach mal. Ich fange direkt jetzt mit dem Aufbau an, weil wie gesagt, Unboxing muss ich euch diesmal nichts zeigen. Und wenn es was zu berichten gibt, melde ich mich hier wieder. Werfen wir einen ersten Blick auf den Stand der Dinge. Und ihr seht, der erste Blick ist gar nicht mal so klein, weil das Fahrzeug ist schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe hier die untere Karosserie mit der Fahrerkabine. Da hinten liegt im Prinzip schon der hintere Aufbau rum. Der ist nur noch nicht komplett zusammengesetzt. Den zeige ich euch auch gleich noch. Und da liegen die restlichen Teile, die noch übrig sind zu bauen. Ich bin bei Bauschritt 50 von 69 oder so. Also schon relativ weit. Der Vorbesitzer hat das Set auch komplett auseinander genommen vorm Verschicken. Und das ist super, weil man hat dieses innere Gefühl, man hätte eigentlich hier ein neues Set in der Hand. Es macht Spaß aufzubauen. Ich habe keinerlei Fehlteile bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Gut, was die Farben anbelangt, gerade bei den Rottönen. Ja, es gibt mal hier und da eine kleine Farbabweichung, wobei bei der Fahrerkabine ist es mir weniger aufgefallen. Wo es mir bisher aufgefallen ist, das ist hier hinten bei der Slope, die ist ein bisschen dunkler als die restlichen roten Teile. Okay. Man kennt es nicht nur von Blubricks, man kennt es auch mittlerweile schon von dem Markenhersteller beispielsweise oder auch von Herstellern wie Kader. Insofern, ihr habt es mal gesehen, ihr wisst es und damit hat sich das. Was auch noch so ein bisschen ein Problempunkt ist bei dem Set, ist die Klemmkraft. Es ist sicherlich eine der ersten Chargen gewesen von dem Set. Und ich gehe mal von aus, da Blubricks das ja wieder angekündigt hat, dass vielleicht bei den neueren Chargen dann die Klemmkraft schon ein bisschen besser ist. Blubricks tut ja da auch immer mal wieder sich verbessern, was die Klemmkraft und die Teilequalität anbelangt. Ich hoffe einfach mal, dass das bei den neuen Sets nicht mehr so das Problem ist. Hier ist es tatsächlich so an manchen Stellen, hier vorne zum Beispiel bei der Stoßstange, diese weißen Teile, die, ja, sie halten, aber sie halten halt nicht wirklich gut. Und gerade wenn man jetzt das Set zusammensetzt, hier hinten im Bereich, oder besser gesagt hier unten in dem Bereich, hat man das Gefühl, das zerbröselt einem in der Hand während des Aufbaus. Weil an manchen Stellen die Teile echt keine gute Klemmkraft haben. Wenn es dann aber erstmal so weit aufgebaut, wie es jetzt hier steht, passt das. Es könnte trotzdem besser sein. Was mir nicht so gut gefällt bei diesem Teil. Es rollt zwar, aber es blockiert dabei. Und ihr hört schon, es macht Klappergeräusche. Und das liegt einfach daran, wenn ich hier ein bisschen drücke, ja, ihr seht, das Rad klemmt sich oben in den Radkasten rein. Und es ist ja auch so, wenn jetzt der Iveco steht, bekommt er von oben Gewicht. Und somit ist hier nicht wirklich, ja, die Fahrbarkeit gegeben. Ich sag mal, als reines Vitrinenmodell ist das okay. Aber jetzt zum Spielen nicht wirklich. Ist ein bisschen schade. Schön gestaltet ist er. Aber, ja, das hätte man vielleicht nochmal ein bisschen anders lösen können. Eventuell, dass einfach das Ganze nochmal eine Noppe runtergesetzt wird. Wobei, dann hat man natürlich oben wieder einen etwas zu hohen Abstand. Aber, ja, ist halt so. Ja, ich hatte ja schon gesagt, die Frontpartie sieht schön aus. Man erkennt einfach den Iveco oben am Dach. Die Fliesen und auch die Slope-Teile. Das sieht ordentlich aus. Die Fliesen sind bei dem Set auch bisher alle glänzend gewesen. Hier und da mal mit einem Kratzerchen. Aber das ist auch überhaupt nicht großartig diskutierbar. Und ich wollte es eigentlich nicht ansprechen. Ich muss trotzdem nochmal was zu den Scheiben sagen. Die kleinen Scheiben hier hinten sind komplett trans-clear. Die sehen bei diesem Set, obwohl es gebraucht ist. Wir haben ein gebrauchtes Set. Das sehen die super aus. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Kratzer. Bei der Frontscheibe... Mikro-Kratzerchen. Man bekommt es nicht anders, wenn man es neu bestellt. Was mich allerdings bei der Frontscheibe stört, da kann der Vorbesitzer nichts zu. Erstens, die ist milchig. Zweitens, ja, ich weiß nicht, ob es eine Tönung darstellen soll, was sich da jetzt Bluepricks bei gedacht hat. Das ist so eine Art Rauchglas. Finde ich ein bisschen schade. Schöner wäre es, wenn die auch schön trans-clear wäre und vor allen Dingen nicht milchig wäre. Ja, und ansonsten haben wir dann hier noch kleine Außenspiegel. Die kann man auch vorstellen. Das funktioniert auch, wie man es gerne möchte. Und ob da eine Minifigur reinpasst, das testen wir gleich aus. Ich hole nur gerade mal eine. Ich habe mich mal ein wenig für euch umgehört. Und siehe da, die liebe gute Janine hat sich dazu bereit erklärt, sich für euch doch mal eben kurz in die Fahrerkabine zu setzen. Und bevor sie das tut, möchte ich euch noch kurz was zeigen. Ein kleines, aber feines Detail, wie ich finde. Und zwar haben wir hier an der Seite der Fahrerkabine beidseitig einmal einer Roundplates in schwarz sitzen. Und diese Roundplates stellen meiner Meinung nach Türkewütter. Ich gehe davon aus, dass diese Fahrerkabine im Normalfall fünf bis sechs Feuerwehrleute fasst. Und das ist natürlich jetzt hier nicht gegeben. Das geht nicht. Da passt nur eine Minifigur rein. Aber ja, auch rein optisch hat das Bluepricks, finde ich, ganz schön gelöst. Das ist gelungen. Insofern dachte ich mir, ich zeige es euch mal. Wir haben natürlich jetzt hier keine Tür, die sich öffnen lässt. Ist ganz klar. Man kann sich sicherlich auch umbauen, dass man stattdessen eine Tür hat, die man öffnen kann. Aber ich würde es so lassen. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und wenn wir die Schaninen da jetzt reinsetzen wollen, wie machen wir das? Wir nehmen das Dach ab. Und zwar geht das eigentlich ganz simpel. Jetzt geht sogar die Scheibe mit ab. Das ist ja interessant. Normalerweise löst sich es hier oben. Gut, ist auch eine Möglichkeit. Dann nehmen wir die Scheibe halt mal mit ab und setzen die Schaninen rein. Finde ich jetzt gerade lustig. Ich habe es vorhin probiert, ob es auch wirklich funktioniert. Und es funktioniert an sich wirklich sehr gut. Und jetzt ist die Klemmkraft bei der Scheibe wirklich so tippitoppi da oben, dass die Scheibe sich sogar unten löst. Finde ich lustig. Ihr habt gesehen, auf alle Fälle es funktioniert. Die Schanine hat noch genug Platz oben beim Kopf. Die stößt sich nicht. Gut, wenn da jetzt natürlich eine Minifigur mit Hut drin sitzt, könnte es eventuell eng werden. Es kommt auf die Minifigur an. Aber hier passt das insofern für Minifiguren auch gut geeignet und man kommt auch wirklich gut ran. Ob es jetzt natürlich einen Sinn bringt bei einem Set, das nicht wirklich fahrbar ist. Ja. Gut, sie hat halt die Handbremse angezogen. Sie sollte vielleicht mal die Handbremse lösen. Vielleicht geht es dann auch. Ja. Müssen wir nicht drüber sprechen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz da hinten den hinteren Aufbau an. Ihr habt es ja schon mitbekommen. Das Anbauteil ist noch nicht komplett zusammengesetzt. Da habe ich noch drei Teile hier rumfliegen. Liegt einfach daran, so kann ich euch das im Detail noch ein bisschen besser zeigen. Wir werden es jetzt auch nebenbei zusammensetzen, damit ihr dann auch das Endergebnis seht. Hier vorne geht es los mit einem Fach ausgelegt mit einer Fliese da unten. Ich denke mal, da wird später noch irgendwas reingeschoben, was jetzt noch nicht gebaut ist. Die Fliesen, hier sieht man es noch mal schön, auch wieder glänzend. Und diese Rostteile sind bei dem Set nicht in einem Light oder Dark Blue Grey Ton, sondern sind bei diesem Set in einem Flat Silver Ton. Das vielleicht auch noch mal so als Randnotiz. Da hinten haben wir dann das Rücklicht des Fahrzeugs. Und auf der anderen Seite finden wir zwei Äxte in Flat Silver. Hier so einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Anschluss ist. Vielleicht ist es sogar irgendwie eine Pistole zum Wasserspritzen oder so. Das kann ich nicht so ganz zuordnen. Und da hinten ist noch mal eine Säge zum Freimachen von irgendwelchen verletzten Personen, von einem Autounfall oder sonstiges. Auf alle Fälle ein kleines Werkzeug. Dann haben wir dieses Teil. Auf der einen Seite sehen wir zwei kleine Flaschen. Ich denke mal, dass das Sauerstoffflaschen sind, wenn die Feuerwehrleute irgendwo in ein Gebäude gehen, wo es brennt. Und auf der anderen Seite sehen wir eine kleine Rolle mit zwei, ich denke mal, Knöpfchen vielleicht zum Betätigen. Keine Ahnung. Da kann man sich sicherlich, wenn man möchte, auch eine Art Seil drum rumwickeln. Wenn man es denn möchte, muss man nicht tun. Ist vermutlich einfach die Rolle für den Wasserschlauch. Und dieses Teil nehmen wir jetzt und setzen es mal hier so ran. Das habe ich, wie gesagt, auch schon soweit vorbereitet. So sieht das jetzt aus. Und dann haben wir noch dieses Teil mit ein paar kleinen Details, die ich jetzt so gar nicht weiter zuordnen kann. Und das kommt dann noch hier hinten drauf. Zack. Und somit wäre der hintere Aufbau schon wieder ein ganzes Stück weiter gebaut. Der, ja wie nennt man es denn? Kastenaufbau? Ihr wisst, was ich meine. Steht vor eurer Nase. Da ist er. Und man sieht definitiv, es handelt sich um einen Kastenaufbau für ein Feuerwehrfahrzeug. Ja, woran erkennt man es? Man erkennt es natürlich hier oben an den Blaulichtern. Und man erkennt es an der Leiter auf dem Dach, wenn mal Löscharbeiten zu tätigen sind oder auch mal wieder eine kleine Katze auf dem Baum geklettert ist und selber nicht runterkommt. Bietet sich sowas immer an. Und man erkennt es natürlich an den roten Farben in Kombination mit diesen bekannten Rollläden. Und die Rollläden sind hier natürlich nicht zum Schieben. Ist vollkommen logisch, aber man kann die allesamt wunderbar aufklappen. Die bleiben auch super oben. Hier hinten haben wir den Bereich mit den Dingen, die ich nicht so wirklich identifizieren kann. In der Mitte haben wir dann nochmal unsere beiden Sauerstoffflaschen. Und vorne haben wir was Neues. Das ist jetzt noch dazu gekommen. Das ist dieses Fach, wo ich gemeint hatte, da wird was reingeschoben. Und ich habe recht behalten, da wird was reingeschoben. Und das holen wir doch direkt mal raus und gucken uns das mal kurz an. Ich bin jetzt kein Profi, was die Feuerwehr betrifft. Ich kann nur mutmaßen, was es ist, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ich richtig liege mit meinen Vermutungen oder total daneben. Rein optisch würde ich sagen, es ist so eine Art Stromgenerator oder sowas. Das wäre jetzt so das, wozu ich tendieren würde. Und das kann man auch wieder wunderbar hier so reinschieben und das ganze schließen. Das funktioniert super. Das hat Blue Pricks wirklich gut umgesetzt. Auf der anderen Seite sehen wir dann hier nochmal den Bereich mit der Säge und in der Mitte dann nochmal die Rolle für den Wasserschlauch, der jetzt hier natürlich nicht vorhanden ist. Wie gesagt, wickelt euch da gern irgendwas rum. Irgendein kleines Bändchen oder ja, was sich da auch sicherlich anbietet, so eine Art Kautschukband. So ein kleines, dünnes. Ja, sieht vielleicht noch cooler aus jetzt als so ein Faden. Und dann haben wir vorne die Äxte. Und ihr seht, die Klappen bleiben auch wunderbar offen und machen dieses schöne Klackgeräusch beim Schließen. Dann haben wir im hinteren Bereich auch noch eine Klappe. Die kann man öffnen. Mit etwas Geschick. Und dahinter verbirgt sich dann noch etwas. Das wird hier so reingeschoben. Ebenfalls über Fliesen. Und das ist dieses Teil. Jetzt habe ich hin und her überlegt, was das sein könnte. Bin da auch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Ich habe eine Vermutung, es könnte so eine Art Wasserpumpe sein. Anhand dieser Teile hier, die irgendwie aussehen wie Anschlüsse für einen Schlauch. Vielleicht so etwas Tragbares. Keine Ahnung. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare rein. Dann bin ich auch mal wieder ein bisschen klüger. Zack. Und da ist es wieder drin. Und dann machen wir das Ganze zu. Und damit hat sich die Sache sehr stabil gebaut. Auch wirklich hier wieder eine gute Teilequalität. Eine schöne Fliesenqualität. Wenn es erst mal zusammengebaut ist, merkt man auch nichts mehr von der teilweise etwas schlechteren Klemmkraft. Es hält alles wunderbar zusammen. Unterwegs bekommt man mal hin und wieder so einen kleinen Frustmoment, weil die Klemmkraft halt nicht so wunderbar ist bei diesem Set. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Vielleicht ist das auch bei den neueren Chargen nicht mehr so das Problem. Aber selbst wenn es jetzt so eine Charge sein sollte wie diese hier und ihr fangt an zu bauen, nicht gleich Frust bekommen. Einfach mal weiter bauen. Das gibt sich mit der Zeit schon während des Aufbaus. So, was machen wir damit jetzt? Das setzen wir natürlich noch hier hinten auf unseren Iveco rauf. Drücken es von unten ein bisschen fest. Und dann sehen wir das Fahrzeug nochmal komplett. Und ich finde, das kann man auch wunderbar jetzt nutzen, als eine Vorlage für andere schöne Sätze. Wenn man jetzt sagt, ich will mir da was anderes draus bauen. Beispielsweise so einen schönen DHL-LKW. Man benötigt dann halt gelbe Steine. Kann man anhand der Vorlage hier wunderbar was draus kreieren. Das ist meine Meinung. Er ist halt ein bisschen breiter hinten. Aber das macht optisch schon was her. Das Manko bei diesem Set ist halt die Rollfähigkeit. Wir können es ja jetzt nochmal testen. Vielleicht ist es ein bisschen besser geworden. Er ist jetzt einen Tacken schwerer. Er rollt, aber er rollt halt ja stockend. Ihr seht es. Also wie gesagt, es ist eher so ein Set für die Vitrine. Es ist aber ein schönes Set. Ich kann es auf alle Fälle empfehlen. Lasst einfach mal einen Kommentar da, wie es euch gefällt. Lasst auch gerne ein Däumchen da, ein Abo da. Sofern ihr das noch nicht getan habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Euer Klemmonkel. Tschüss ihr Lieben.